Ein neuer Blick auf Automation. Die ASL Automationssysteme Leske GmbH ist auf die Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von Maschinen, Vorrichtungen und Produktionsanlagen für die verarbeitende Industrie, darunter Automotive, Kunststoff und Möbelindustrie sowie Hausgerätehersteller spezialisiert. Das Unternehmen besticht durch eine große Leistungs- und Fertigungstiefe und kurze Reaktionszeiten. Großes Augenmerk legt man auf die Mitarbeiter als wertvolles Humankapital. Dies führte unter anderem im Jahre 2016 zu Investitionen im hohen fünfstelligen Bereich für die Qualifizierung vorhandener und die Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Dank seiner hohen Personalstarke gewährleistet das Unternehmen zudem eine hohe Termintreue. Eine Vorreiterrolle nimmt das Unternehmen aus dem brandenburgischen Neuruppin in den Bereichen der Automatisierungstechnik ein, darunter die Montage- und Prüftechnik für Haptikelemente, die Highspeed-Oberflächeninspektion und die Entwicklung besonders energieeffizienter Verfahren in der Kunststoffverarbeitung. Auch eine Entwicklung von Prototypen findet unternehmensintern statt. Menschen mit Behinderungen werden in die Produktion einbezogen und finanzielle Hilfe unter anderem an regionale Projekte wie die Aktion Stahntaler und das örtliche Hospiz geleistet.